Wir sind flott unterwegs. Schau mal, wie gut ich da mitschoggen kann, gell? Ah! Na, was hat man für eine Pace? Bist du müde, Lorenz? Hast du es gar nicht beantwortet? Was? Was haben wir denn für eine Pace? Fünf, acht, dreißig. Ein schöner Regenerations-Halb-Marathon. Ein schöner Regenerations-Halb-Marathon. Ja, genau. Mit Fahrrad schieben. Fahrrad fahren. Da sind wir nicht so weit. Frau und Kind schieben. 13,5 Kilometer. Ja! Du suchst da immer so komische Strecken raus, wo wir mit dem Vordergrund nicht gescheit fahren. Selber noch nicht. Selber noch nicht klopfen. Warte, Monty macht raschend gut mit. Der ist gut trainiert. Der Lorenz auch, der macht auch gut mit. Außer, dass du zwischendrinkst, oder der möchte gerne laufen. Jetzt? Ja, am Knöchel. Tut weh. Es knackst. Monty, geh abmarsch. Es knackst. Ja, dann musst du abbrechen. Jetzt ist die Batterie schon wieder leer. Untertitelung. Ich bin jetzt hier. Hört sich halt zum anstrengen. 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 Hört sich halt ganz schön auf mir auf. Hört sich halt zum anstrengen. Hört sich halt zum anstrengen. Hört sich halt zum anstrengen. Dann habe ich halt viel schneller gewiesen. Hast du das?